so einen wunderschönen nachmittag liebe freunde und herzlich willkommen zum 24 stunden dj stream hier ich denke wir haben eine richtig geile location hier für aufnehmen können wir haben keine kosten und mühen gescheut wir haben mehrere kameras es wird ein bisschen dauern bis wir uns eingrooven also seid ein bisschen nachsichtig liebe freunde wir fangen direkt an mit ein bisschen am home office beats den aktuellen timetable findet immer mit dem command rufzeichen timetable liebe freunde schreibt mal alle ein hallo in die chatbox ich lese euch dann gleich vor und begrüße euch dann alle gemeinsam und wir starten jetzt in den 24 stunden stream ich hoffe ihr habt spaß herzlich willkommen bei mario djc die ist am starten jigsaw der shisha freak die katty ist am start die bibi natürlich auch pixelliebe auch mal ein riesen dank an die mods die heute hier am start sein werden den lieben jigsaw die bibi die pixelliebe auch ein riesen dank schon mal von meiner seite aus dass ihr euch den großteil der zeit antut und hier ein bisschen für recht und ordnung sorgt einmal ein bisschen liebe in den chat für unsere mods hier der lukas ist auch am start dj ronny c freut mich dass du auch dabei bist danke dir auf jeden fall for you Bis zum nächsten Mal. Das heißt, wir starten auf jeden Fall heute mal ein bisschen ruhiger. Ich habe es jetzt selbst nicht im Kopf, ich glaube bis 16, 17 Uhr. Es gibt hier feinsten Homeoffice-Sound. Schöne Location, danke Voltex. OFU TV ist auch am Start, hallo. Auch der Tyranno. Auch der Giga-Dance ist am Start, liebe Grüße, gehen raus. Also wie gesagt, ihr seht hier noch nicht alles. Wir haben noch eine Talk-Area aufgebaut. Ich habe noch ein eigenes Cockpit am Start. Aber dazu später mehr. Der liebe Phil H. ist auch schon am Start, der ist dann nach mir dran. Der freut sich auch schon gewaltig. Der macht auch die 24 Stunden durch. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hoffentlich direkt aus dem AMG. Mal schauen! Ich sehe, ihr seid schon gut drauf. Freut mich. Und Chat, was darf natürlich nicht fehlen? Die Shisha. Ja, ich sehe, ihr seid schon gut drauf. Ja, ja. 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 An der Stelle auch ein riesen Shoutout an das Autohaus Ärmler, die uns die Location zur Verfügung gestellt haben. Also ich glaube, die Location ist richtig geil. Und es ist noch hell. Man muss das auch noch bedenken. Es ist noch hell. Und 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 es ist noch hell. Wir versuchen in dieser schweren Zeit ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Damit ihr auch zu Hause ein bisschen Spaß haben könnt. Wir haben natürlich hier mehrere DJs und natürlich auch ein Corona-Konzept. Die sind alle getestet. Wir werden alle betreut hier. Also wir sind alle safe. Sieht, ich habe die Story schon gesehen. Ich werde sie nachher reposten. Hi, hello, cars, Dave. Ich habe geile Location. Danke dir. Also wir haben auch den einen oder anderen Sponsor auftreiben können. Ihr seht es auch in den Bildern immer. Also ich möchte mich auch bei allen Sponsoren bedanken. An alle Firmen, die hier mitgewirkt haben. Ein riesen, riesen Dankeschön für den Aufwand, für die Arbeit. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich freue mich, dass wir so einen geilen Stream hier auf die Beine stellen konnten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, chat alle, die gute Laune haben und am Start sind. Mal ganz, ganz, ganz viele Herzen in die Chatbox hier. Ich möchte hier eine volle Herzen-Chatbox haben, liebe Freunde. Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Ja Mario, du hast nie gute Laune. Ich bin ja echt gespannt, wer die 24 Stunden am längsten hier im Stream dabei sein wird. Ich glaube, da sollte man so ein Scoreboard aufstellen, wer am längsten hier dabei ist. Ich hoffe doch, dass der ein oder andere die 24 Stunden voll machen wird. Enttäuscht mich nicht, liebe Freunde. Ich hoffe, der Ton und alles passt. Wenn irgendwas nicht passt, dann schreibt es bitte in die Chatbox. Ach, die Raffaele ist auch am Start und schenkt mal dem Sidi mal ein Abo. Sidi bedank dich mal ganz lieb. Danke, Raffaele, für den Sub. Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. What's love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. What's love? What's love? I want no other, no other lover, this is our life, all our time. Ja, und den aktuellen Timetable könnt ihr immer abrufen mit Rufzeichen Timetable. Falls sich da was ändert, dort ist er immer aktuell. What's love? What's love? I want no other, no other gewesen. I want no other. new Oder nach Das war's für heute. Dennis, ich denke genau wie du, aber es ist nicht anders lösbar hier. Es ist so gut wie möglich gerade, die obere Perspektive. Aber ich glaube, Chat, damit kann man leben. Aber Dennis, I feel with you. Was dann, Dennis? Du musst es mir erklären, sonst kann ich es nicht verstehen. Besser? Aber ich bin nachher in meiner Kabine, dann sehe ich es genau. Ich bin nachher in meiner Kabine. Ich sitze nachher in der Regie, dann drücke ich die Knöpfe selbst. Ich habe gerade temporäre Vertretung und die macht das, denke ich mal, sehr gut. Also auch ein Shoutout an den Dude, der gerade die drei Knöpfe drückt, während ich spiele. Moin, China. Moin, Chris. Beim nächsten Mal programmiere ich so eine kleine Maschine, die einfach drei Knöpfe drückt. Kann das jemand im Chat übernehmen? Also sieh, wenn du jetzt schon auf Klugscheiße machst. Das funktioniert nicht. Wir haben so viele Kameras, wir haben ein eigenes Mixerpult dafür. Das sind nicht verschiedene Szenen, wo ich die Eingänge programmiere. Somit funktioniert dieses Scene-Switcher nicht. Auf die Idee wäre ich auch schon gekommen, glaub mir. Wir haben hier so viele Camps. Moin, Logi. Freut mich, dass du es auch noch geschafft hast. Ich habe hier so viele, dass du es auch noch geschafft hast. Der Track ist Ultrasick, aufgepasst, Chat. Die Boxen auf Maximum zu Hause, weckt eure Nachbarn auf, warnen sie schon mal vor, dass es 24 Stunden zu wild zu Hause zugeht. Ich freue mich so, dass meine drei geilsten Mods heute hier den Chat ein bisschen aufmischen werden. Ihr sorgt jetzt schon für gute Laune ohne Spaß. Die Boxen auf Maximum zu Hause. 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 Chat mal eine 1 in den Chat, wenn ihr schon gute Laune habt und auch ultra-hyped auf dem Stream seid. Sorry, I missed your call. I was dancing to the ringtone. Sorry, I missed your call. Sorry, I missed your call. I was dancing to the ringtone. I was dancing to the ringtone. Sorry, I missed your call. I was dancing to the ringtone. Smoke on the water. Musik DJ Nervin, danke für den Follower Ja Dennis, wir müssen uns noch ein bisschen eingrooven Alles neu, alles frisch Das kriegen wir auf jeden Fall hin Ja stimmt, aber zum Glück haben wir alle Kameras über ein externes Videopult Von daher soll es mit der Leistung auf jeden Fall passen Der Shisha Freak, schon im vierten Monat dabei Einmal Herzen für den Shisha Freak und sein Abo Ehre Sie die, Ehre Musik 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 Danke Dennis auf jeden Fall, dass du auch reingeguckt hast Vielleicht sieht man sich ja später noch. Und liebe Grüße auch nochmal von hier. Wie gesagt, aktuell für die nächsten Stunden ein bisschen Home-Office-Beats. Für alle, die heute noch ein bisschen arbeiten müssen. Oder chillig ins Wochenende reinzustarten. Danach gibt es dann die erste Talk-Runde. Alles betreffend DJ. Also wenn ihr noch die eine oder andere Frage habt, die wir im Stream dann beantworten sollen, schickt sie mir einfach auf Instagram zu. Und danach starten wir dann schon richtig durch mit den Sets. Der Tyrandon-Nachschub holen. Der Tyrandon-Nachschub holen. Der Tyrandon-Nachschub holen. Oder holen lassen. Ja Mario, den hab ich eh dabei. Der wird heute auf jeden Fall kommen, aber ein bisschen später. Metschub. Bis zum nächsten Mal. Auch ein wunderschönes Hallo an den lieben Dive. Also Chat, ich hoffe, das Setup gefällt euch mal bis hierhin. Wie gesagt, wir haben noch einiges vorbereitet für heute. Es ist ein langer Stream. Zeigt noch mal ein bisschen Liebe, ein paar Herzen für die ganze Crew hier, die am Start ist. Und das seit gestern mühselig hier aufgebaut hat. Danke auch an alle Sponsoren, an alle Firmen. Chat, lasst mal ganz viel Liebe und ganz viele Herzen da. Ja. 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 Nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dem Thema DJ Und morgen zum Frühstück gibt es das Thema Producing Also wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne von uns beantwortet haben möchtet Schickt sie mir auf PakuminiaTV auf Instagram Oder auf Paku auf Instagram Und wir versuchen die dann auch einzubauen Also alles was euch am Herzen liegt, einfach rumschicken Deine Frisur kann eh komisch ausschauen Wir sehen es ja nicht Das ist der Vorteil von dem Chat Nee It always has been You name it I love it Just up Up Just up Up I could make the party hot I could make your body rock Slip it, we'll be a chance to start a party now If I had a fidgety party Lick it like a lollipop Oh, thicky cap and knees Hit them with karate chop I could make the party hot I could make your body rock I could make the party hot I could make your body rock I could make the party hot I could make your body rock I could make the party hot I could make your body rock Once upon a time and I heard that I was ugly Get it from a push that Ooh, no, 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 no Wanna, wanna, wanna Then my face on And I'm tight Right, that go slack I'm jury on me flashlight I've been listening last night Hit them with that Good, good Make a necker Act right Broke boys Don't deserve no ease of I know that's right Big bad Sitting at the belly band Take a man But let's see I can party back You know this It's big bad Sitting at the belly band Take a man Burping back Party back You know you It's Up, 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 up I can make the party hot, I can make your body hot I can make the party hot, I can make your body hot I can make the party hot, I can make your body hot Oh, pick your cap and knees, hit them with karate chop Rock the, rock the, rock the, rock the, rock the Let me introduce you to my party people in the club Rock the, rock the, rock the, rock the, rock the, rock the Pop it up and make it up like a tonka truck Das ist so real Like fuck the fuck the funky beat Like the fuck the fuck the beat Fuck the fuck the funky beat Hey Hey Fuck the 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 Fuck the fuck the funky beat 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Baby, work it! I met a real cutie, he had a nice tight booty He seemed to be the freaky lover type Let's cut right through the chase, come on and get a taste You've got to face it so that I can get hype I met a real cutie, he had a nice tight booty He seemed to be the freaky lover type Let's cut right through the chase, come on and get a taste You've got to face it so that I can get hype Baby, work it! Rhythm is a dancer, it's a social companion People feel it everywhere Lift your hands and voices, free your mind and turn up You can feel it in the air Rhythm is a dancer, it's a social companion People feel it everywhere Lift your hands and voices, free your mind and turn up You can feel it in the air Baby, work it! Before you can stick and move You've got it, you're in a groove No men or dogs Except go back up somebody else's trap Beautiful way, come again, come again Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Feel the emptiness, feel the love Love and tenderness, let go Give it all to him Aww, there's a grief Charing him and don't let sit Sharing him and don't let sit Oh, there's a grief Jari-ji-ni-neto-sing 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 Shining in the Ecstasy It's so dark, sometimes so dark You're almost falling through the night Where you can feel, till the heaven can just feel the love Let them bend and let them go, you're out again Shining in the Ecstasy Shining in the Ecstasy Shining in the Ecstasy Wism out Wism out Wism out Das war's. 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 I don't, ... 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 I want you to free your body, your mind, and your soul No fear, no worry, no control I want you to free your body, your soul I want you to free your body, your soul There's some hoes in this house I want you to free your body, your mind, and your soul There's some hoes in this house No worry, no control I like that All the girls in the house Get that voice working Oh, I like that Oh, I like that Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 And leave this world behind Leave the world behind Leave the world behind Leave the world behind Leave the world behind So how's the evening so far? 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 Untertitelung. BR 2018 So how's the evening so far? 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich muss noch ein paar Sachen Backstage ein bisschen checken. Aber ich bin eh auch gleich wieder live on den Turns und spiele auch mal wieder ein paar Tracks. Also keine Sorge, ich bin noch da. Ich bin doch da! Es ist gerade ein bisschen stressig, die T-Js trudeln gerade nach und nach ein. Aber ihr habt ja guten Content mit dem lieben Phil Age gerade. Chat, wie gefällt euch die Musik? Ein Herz in die Chatbox, wenn ihr happy seid mit der Musik. Richtige groovige Beats für euch zum Start ins Wochenende, nebenbei in der Arbeit, was auch immer. Also jetzt mal ein paar richtig nice Herzen in die Chatbox, wenn ihr happy mit der Musik seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Mann, ich hab echt keinen Plan, wie ich 24 Stunden überleben soll, ey. Ich hab das Mikrofon ist laut genug. Nee, das Mikrofon ist an, ey. Nein, 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 so nicht. Also ich werde definitiv wahrscheinlich nicht zum Schlafen kommen. Ich muss echt schauen, vielleicht finde ich eine Vertretung, dann kann ich mich so ein, zwei Stündchen hinlegen. Oder, Chat, soll ich einfach mal mich dann so hier hinlegen und einfach ein bisschen schlafen? So könnte ich es natürlich auch lassen, ne? Chat, schreibt mal in die Chatbox, wo ihr gerade eingeschaltet habt. Wie hört ihr gerade zu? Daheim auf der Couch, in der Arbeit, am Handy, wo auch immer. Schreibt's jetzt direkt in die Chatbox. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Der Maik, danke auf jeden Fall für dein Follower, fühle ich mich wie zu Hause, willkommen beim 24 Stunden Stream. Wir sind auf jeden Fall für dein Follower, fühle ich mich wie zu Hause, willkommen beim 24 Stunden Stream. Mikes, danke dir auch für dein Follower und UliVW, danke für deinen Host. Zulub! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Der Dennis der Streber ist natürlich 25 Stunden dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Vielleicht habt ihr etwas Glück. Wäre natürlich auch ein tolles Dankeschön für die Zeit und für den Aufwand, die ihr betreibt. Auch nochmal ein Riesendank an die Mods. Sie sind auch ein wichtiger Bestandteil des Streams. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Schick, so besser ist es. Bis zum nächsten Mal. 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 Raffaella, das wirst du niemals erleben. Auf deiner Hochzeit auflegen? Ja, Karoke-Maschine? Nein. Aber man wird sehen. Hey, 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 oh, yeah, yeah. Hey, hey, oh, yeah, yeah. Aye, aye, oh, yeah. Darüber reden wir dann nach dem 20. Gläschen, ja. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories, I just wanna let it go for the night That would be the best therapy for me All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go for the night That would be the best therapy for me Hey, hey Yeah, yeah Hey, hey Erich Herzlich willkommen im Stream Hey, hey Yeah, yeah Hey, hey Yeah, yeah It's getting late, but I don't mind 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 Hey, hey Yeah, yeah Hey, hey Yeah, yeah In the fading light All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go for the night That would be the best therapy for me I'm here to fight I'm here to fight Still we try Learn to be brave See the other side Don't you leave me there I don't mind I don't believe I don't believe Sols your eyes Shine by your face Oh, my, my, my There's a thousand miles between you and I Oh, my, my, my Just a thousand miles between me and paradise Oh, my, my, my There's a thousand miles between you and I Oh, my, my, my There's a thousand miles between me and paradise Oh, my, my, my 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 There's a thousand miles between me and paradise When the dark has gone When the morning's gone We're gonna feel something different We'll set you free We'll just know Every secret Out, out, out Out, 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 out Vielen Dank. 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 No one else just me, myself and I I got me, myself and I Do my love, love, love No one else just me, myself and I I got me, I got me, I got you Ich schätze, das ist mein aktueller Ohrwurm. Ich hoffe, ich schicke euch jetzt auch den Ohrwurm. Oder wie haben wir letztens gesagt auf Englisch, ihr Wurm. Chat aufgepasst, Ohrwurm, Garantie. Ohrwurm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Genau, Love Again von Alok Und Weiss Weiss produziert momentan einen Hit nach dem anderen Servus Ero! Todes Keks, auch am Start Willkommen im Stream Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Danke, Motz. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich bin Max. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 gibt. Mal schauen, wie es sich heute so entwickelt. Aber ansonsten würde ich eher so normale Streams einplanen, so 10 Stunden, 12 Stunden, keine Ahnung, je nachdem wie es Bock macht mit mehreren DJs natürlich wieder. Also mal schauen, wie es machen würden. Aber es stimmt mal auf jeden Fall ab. Ihr seid natürlich ein großer Teil davon, ob wir das machen werden oder nicht, denn es soll natürlich euch gefallen in erster Linie. Will, danke dir auf jeden Fall für deinen Follower. Willkommen im Stream. Ja genau, um den Punkt aufzugreifen. Meine Intention ist jetzt nicht, dass ich hier meinen Kanal pushe. Ich möchte meinen ganzen DJ-Kollegen. Aktuell ist diese Situation sehr, sehr, sehr kacke mit Corona. Es gibt keine Clubs, es gibt keine Auftritte und wir möchten hier mit solchen Streams einerseits euch zu Hause unterhalten, damit ihr mal ein bisschen Party machen könnt zu Hause. Damit ich meinen Kollegen hier wieder ein bisschen Clubfeeling beschaffen kann. Also das ist mein erster Gedanke, mein Herzenswunsch, damit ich meinen Kollegen ein bisschen Fun bieten kann, damit die wieder ein bisschen Clubfeeling haben und damit ihr zu Hause auch viel Spaß habt mit unserem Stream. Also das ist meine Intention und wenn ihr hier fleißig am Schauen seid, ihr fleißig in die Chatbox schreibt, dann ist natürlich das alles sehr erfüllt und das freut mich natürlich sehr, wenn es euch natürlich dann auch noch sehr, sehr, sehr gefällt. sind, ein bisschen zum Hören haben oder eben groovig zum Start ins Wochenende. Es wird dann ab 18 Uhr, nachdem der DJ-Talk war, wird es dann mit den richtigen Sets losgehen. Also da kann dann jeder sich austoben und sich ausleben. Also das muss man dann ein bisschen differenzieren. Also jetzt nicht hier abwerten, zeigen wir sowas, wenn einem die Musik jetzt nicht gefällt. Es ist absichtlich gewollt, damit bis 17 Uhr hier ein bisschen groovigerer Sound ist für eben Homeoffice. Aber alles danach, da geht es dann so richtig hier die Party ab. Das verspreche ich. Ja, wie gesagt, falls es mal einen nächsten Stream geben sollte, auch wieder in dieser Größenordnung, dann OE4TV, lass auf jeden Fall schreiben. Dann können wir sich irgendwie so eine Interview-Ecke einrichten oder so. Das werden wir hinkriegen. Einfach schreiben, schreiben, schreiben. Ach, Schicksal. Alle an meine Mods hier. Ich schätze das unfassbar, dass ihr eure Zeit opfert und hier im Stream dabei seid. Chat, lass mal ganz, ganz, ganz viele Herzen da für alle Mods, die aktuell am Start sind und die hier richtig am Hustlen sind. Nur für euch zu Hause, dass ihr alles nach rechten Dingen zugeht. Also mal ganz, ganz, ganz viele Herzen für die Mods, die am Start sind hier. Von vorne bis hinten. Von früh bis spät. Schicksal, auch du! Rock, 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 Rock... 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 Es ist Leiter! Leiter, wir setzen für den Feuer! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 But I try, so enjoy the time here, 24 hours, DJ Livestream here, party feeling for you at home. Let's go. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute, für heute. And I gotta stay high all the time To keep you off my mind High all the time To keep you off my mind Spend my days locked in a haze Trying to forget you, babe I fall back down Gotta stay high all my life To forget I'm missing you Ooh, ooh, ooh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wenn du kinkst! So, ich möchte nochmal anmerken, wir blenden uns zwar eh immer unten im Stream ein, aber wir sind alle Corona-negativ getestet worden. Wir sind ja alle safe, wir können uns ein bisschen näher kommen, halten aber natürlich trotzdem die Abstände ein. Das heißt, das war uns schon sehr wichtig, dass wir auch diese Größe hier aufziehen können. Wir machen das alle betrieblich hier, jeder ist angemeldet. Wir sind alle Corona-negativ, das macht mich auch sehr happy. Travis, auf jeden Fall, danke für den Follow. Thank you for your follow, Travis. Auf FreeKin, FreeKin, thank you for your follow, danke für dein Follow. Wir haben da sehr viel Liebe und Aufwand hier reingesteckt, ich hoffe, es gefällt euch, liebe Freunde. Moin King, auch hier am Start. Wo seid ihr? Wir sind hier beim Autohaus Ermler, der hat uns netterweise hier die Location zur Verfügung gestellt und ich finde die Location echt sick, liebe Freunde. Es wird schon langsam dunkel, die Lichter werden schon langsam hier intensiver. Also ich glaube, eine geilere Location für diesen ersten Stream-Start hier, kann man sich gar nicht vorstellen. Die DJs, die alle hierbleiben und nicht nach Hause fahren, wir haben eine Unterkunft gefunden. Wir fahren mit den Taxis hin und her, für alle, die nichts trinken werden, natürlich hier Safety First. Masicht Vader, wir fahren mit den Taxis hin und her, für alle, die �ard क in pressen mir beim Tatou getting wineskt, wir fahren mit den Körstern hier in der Hand und der Körstern hier nutzen. – Oke ist dann kontaktiert und ... Die DJs, die autorität ist hier in der Zeit, dieybaunik 13, höll ist jetzt hier — If every day goes like this How do we survive? If every day goes like this How do we survive? We're working late on the night To get peace of mind If every day goes like this How do we survive? We're working late on the night To get peace of mind To get peace of mind We're working late on the night To get peace of mind If every day goes like this How do we survive? We're working late on the night To get peace of mind To get peace of mind To get peace of mind All right, King. Kein Ding. Wir sehen uns später wieder. Free Queen. Ich habe es gerade auf Facebook gelesen. Was für eine geile Idee. Ich bin mega gespannt, was sie geplant hat. Wir haben immer relativ viel geplant. Also da kann man sich auf jeden Fall darauf freuen. Achso, das meinst du, Oefi TV. Nee, der Phil ist noch geblieben. Wenn das macht, dann Red Captain. Er macht dir voulez dich nicht hin. Wir sehen uns später noch als陣ze. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. 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 Chat an der Stelle, lasst mal ganz, ganz, ganz viele Herzen da. Für den lieben Phil Age und seine richtig geilen Beats hier für euch. Richtig geiles Club-Feeling hier schon bereit. Ganz viele Herzen, liebe Freunde, Herzen! Everybody get on the floor. Salud, um, da, lina, salud! 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 Everybody get on the floor. Salud, um, da, lina, salud! Salud, um, da, lina, salud! Zum, da, lina, salud! Salud, um, da, lina, salud! We be dancin' all night. cheers,unden die! Ready,決ie! We be dancin' all night. Paint our bodies in Teint. You on beats andane. When we see the draining light. All the boys that come strong They won't have to wait long When it's time to move To the beat of this song We be dancing all night With our bodies in time You won't need to ask why When we see the first light All the boys that come strong They won't have to wait long When it's time to move To the beat of this song We be dancing all night With our bodies in time You won't need to ask why When we see the first light All the boys that come strong They won't have to wait long When it's time to move To the beat of this song We be dancing all night With our bodies in time You won't need to ask why When we see the first light All the boys that come strong They won't have to wait long When it's time to move To the beat of this song When it all seems so right I was in love again When it all seems so right I was in love again When it all seems so right I was in love again I was in love again D Si Teacock It's kind of simple It's done I got it I got it But it was fun I got it I got it You won't need to ask why I got it You know It's done Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Mein Körper gehört nicht mehr mir und macht, was er will. Meine Gedanken zerstrahlen in alle Farben des Regenbogens. Wenn man hingegen voll drauf ist, ist das für einen Augenblick unendlich schön. Aber tanzen klingt schöner. Dann tanzen und irgendwann wieder was nehmen. Dieses irre Gefühl, als würde es dem ganzen Körper umsonst Zuckerwatte geben. Dann beginnt das Leben für einen Augenblick. Das Leben ist einibilidad und 선택. Und das geht nicht mehr. Ich hätte kurze Aufmerksamkeitsfrage. Alle, die jetzt in dem Moment aktiv im Chat dabei sind, mal eine Eins in den Chat. Eine Eins in den Chat, wer aktiv jetzt in der Chatbox dabei ist, damit wir mal wissen, wer ist denn hier noch da? Wer ist denn noch da? Wer hört nun nebenbei dazu? Eine Eins in den Chat. Limbeats, danke dir auf jeden Fall für den Follow Bro. The next level 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Get the strong, get the strong. Red light. Green light. Red light. Red light. Red light. So, so circa nach 10 Minuten, bis wir mit dem DJ-Talk beginnen, liebe Freunde. So circa 10 Minuten, 10 Minuten, auch dann wird hier ein bisschen getalkt. Das sind alleaggi. Bis Bond, bis wir auf! Sertige Leute nochmal sind so viele. Bis baldwwww.. schw rendere Es yükselbe! Bis bald von 40 Minuten, bis ich los! Bis bald auslesen C vaccination! Bis bald auf桌 curls! Bis bald Region-Con! Bis bald! If you don't wanna see me If you don't wanna see me Did a 480, crazy Thinking about the way I was Did the heart change me, maybe But look at where I ended up I'm all good already, it's almost only scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you don't wanna believe that Anything could stop me Don't show up, don't come out Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Aren't you the guy who tried to Hurt me with the word goodbye Though it took some time to Survive you I'm better on the other side I'm all good already, it's almost only scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you don't wanna believe that Anything could stop me Don't show up, don't come out Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe it Anything could stop me Don't show up, don't come out Don't stop caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Walk away, you know how Like a slave whale, you know how No, 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 no Ralph Whale, you know how Don't start caring about me now I'm not where you left me at all So, if you don't wanna feel good Okay, I'm not where you left me at all Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020